Hey zusammen, wir sind Gilly und Evelyn. Wir arbeiten beide an das Lernen der Stiftung PINJA als VB und wir zeigen euch jetzt den Alltag. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten können sich von Dienst zu Dienst variieren. Ich begleite die Leute durch den Alltag, sie unterstützen dort, wo sie Unterstützung brauchen. Aber dass ich ihnen an den Freiraum lade, dass sie genug Sachen selber machen können. An den PINJA gefällt mir besonders, dass wir so einen grossen Paar kennen. Dort können die Leute selbstständig rumlaufen, sich selber sein und machen, was sie Lust haben. Und das erhöht meiner Meinung nach die Lebensqualität von ihnen sehr. Schwierig ist als Lernende, dass man sich abgrenzen kann in Situationen, in denen einen beschäftigt. Oder dass man die Sachen, die passiert sind, in den Wegen und nicht mit Hause. Wenn du diese Lehre machen möchtest, dann solltest du kontaktfreudig sein, offen, du solltest Empathie haben, viel Geduld und auch die Freude am Begleiten. Ich würde die Lehre jedem empfehlen, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet, gerne Menschen unterstützt und sie im Alltag begleitet. Wenn auch du das Gefühl hast, dass der Beruf etwas für dich wäre, bewirb dich heute noch. Ciao zusammen!